Haben Sie das gehört? Bei mir hat es gerade geklingelt und auch bei euch zu Hause wird es heute sicherlich klingeln. Heute am sechsten Jahr an Epiphanie, am Fest der Heiligen Drei Könige. Und die Sternsinger werden vor der Tür stehen. Die Sternsinger, die kennen Sie sicherlich, vielleicht sogar persönlich, weil es meistens Kinder und Jugendliche aus eurer Pfarrei sind, aus euren Gemeinden, die durch die Straßen ziehen und den Segen Gottes in die Häuser bringen. Und sie bringen aber nicht nur den Segen, sondern sie werden euch auch bitten um eine kleine Spende. Vielleicht auch eine große Spende, je nachdem wie eventabel sie sind. Und diese Spende ist aber nicht für die Sternsinger als Kinder und Jugendliche, als kleines Geschenk für sie, sondern es ist ein Geschenk für Kinder, die in aller Welt Not leiden, die kein funktionierendes Gesundheitssystem haben, die keine Schulen haben, die vielleicht in Ländern leben, in denen es keine wirklichen Waisenhäuser gibt und Männern überfüllte. Also Kinder, die wirklich an existenzieller Not leiden. Wie in jedem Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder ein Beispielland, Indonesien, das bei mir wirklich nur ein Beispielland ist. Ein Beispielland, an dem wir sehen können, wie gut es uns geht und wie schlecht es vielleicht anderen Kindern geht. Also bitte ich euch, lasst die Sternsinger herein, hört ihnen zu. Lasst den Segen, den sie euch bringen, für euch zum Segen werden. Hört auf die Sprüche, hört ihnen aufmerksam zu. Und dann lasst auch den Segen an eure Türen schreiben oder kleben, damit ihr diesen Segen durchs ganze Jahr hindurch an eurer Türschwelle habt. Und immer wisst, Christus segnet dieses Haus. Christus, Vansione Benedicat. Ja, Kinder und Jugendliche, die ihre Freizeit opfern, die viele Kilometer durch die Orte laufen, um den armen Kindern zu helfen. Ja, damit sind sie schon sehr ähnlich den Sterndeutern, die aus dem Osten gekommen sind. Und so lesen wir, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehend sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Ja, auch die Sterndeuter haben zu Christus Geschenke gebracht. Sie haben ihm gehuldigt, dem neugeborenen König, der aber wirklich nur ein armes Kind in einer Krippe war, unter unmöglichen Bedingungen geboren. Und so bringen auch heute Kinder, Könige, Sterndeuter, Geschenke zu armen Kindern. Sie helfen ihnen in ihrer Not, im Existenziellen. Und so könnt auch ihr Teil etwas ganz, ganz Großem werden, indem ihr auch zu Heiligen Drei Königen werdet, die eben mit ihrer Spreche dazu beitragen, dass Kindern in ärgster Not geholfen wird. Musik 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 Vielen Dank.